Vers 40 Shri Bhagavanuvacca Partha Naiveha Namutra Vinasasthasya Vidyate Nahikalyana Kritkaschit Durgatim Tathagacchati Shri Bhagavanuvacca, die höchste Persönlichkeit Gottes, sprach. Partha, O Sohn Pritas Naeva, niemals ist es so. Iha, in dieser materiellen Welt. Na, niemals. Amutra, im nächsten Leben. Vinasha, Vernichtung. Tasya, Seine. Vidyate, existiert. Na, niemals. Hi, gewiss. Kalyana Krit, jemand, der glückbringenden Tätigkeiten nachgeht. Kaschit, jemand. Durgatim, zur Erniedrigung. Tatha, mein Freund. Gacchati geht. Die höchste Persönlichkeit Gottes, sprach. O Sohn Pritas, ein Transzendentalist, der glückbringenden Tätigkeiten nachgeht, wird weder in dieser Welt noch in der spirituellen Welt Vernichtung erleiden. Wer Gutes tut, mein Freund, wird niemals vom Schlechten besiegt. Erläuterung. Shri Nararamuni gibt Vyasadev im Srimad Bhagavatam 1.5.17 die folgende Unterweisung. Wenn jemand alle materiellen Erwartungen aufgibt und völlig bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht sucht, gibt es für ihn in keiner Hinsicht Verlust oder Erniedrigung. Ein Nicht-Gottgeweihter hingegen gewinnt nichts, selbst wenn er all seinen vorgeschriebenen Pflichten vollständig nachkommt. In materieller Hinsicht gibt es viele Tätigkeiten, die sowohl von den Schriften als auch von der Tradition vorgeschrieben werden. Doch ein Transzendentalist sollte alle materiellen Tätigkeiten aufgeben, um spirituellen Fortschritt im Leben zu machen, d.h. um Krishna-Bewusstsein zu entwickeln. Hier könnte der Einwand erhoben werden, dass man auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins nur dann die höchste Vollkommenheit erreiche, wenn man ihn vollende, das man aber sowohl in materieller als auch in spiritueller Hinsicht verliere, wenn man diese Stufe der Vollkommenheit nicht erreiche. Und wenn es einem nicht gelinge, seine transzendentalen Tätigkeiten in vollkommener Weise auszuführen, sei man den Reaktionen unterworfen, die man laut den Schriften für die Nichterfüllung seiner vorgeschriebenen Pflichten erleiden müsse. Das Bhagavatam jedoch versichert dem unvollkommenen Transzendentalisten, dass er sich keine Sorgen zu machen brauche. Selbst wenn er Reaktionen erleiden muss, weil er seine vorgeschriebenen Pflichten nicht vollkommen ausführte, ist er kein Verlierer. Denn das glücksspendende Krishna-Bewusstsein wird niemals vergessen. Und jemand, der einmal auf diese Weise tätig war, wird damit fortfahren, selbst wenn er im nächsten Leben in einer niedrigen Familie geboren wird. Wer andererseits aber nur streng den vorgeschriebenen Pflichten folgt, ohne Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, wird nicht unbedingt glückbringende Ergebnisse erreichen. Dies soll im Folgenden näher erläutert werden. Die Menschen können in zwei Gruppen unterteilt werden. Diejenigen, die regulierenden Prinzipien folgen, und diejenigen, die keinen regulierenden Prinzipien folgen. Diejenigen, die nur nach tierischer Sinnenbefriedigung streben, ohne etwas von ihrem nächsten Leben oder von spiritueller Erlösung zu wissen, gehören zu den unregulierten Menschen. Und diejenigen, die den von den Schriften vorgeschriebenen Prinzipien und Pflichten folgen, werden zu den regulierten Menschen gezählt. Die unregulierten Menschen, ob zivilisiert oder unzivilisiert, gebildet oder ungebildet, stark oder schwach, sind voller tierischer Neigungen. Ihre Tätigkeiten sind niemals glückbringend. Denn weil sie die tierischen Neigungen wie Essen, Schlafen, Verteidigung und Geschlechtslust genießen, bleiben sie fortwährend im materiellen Dasein, das immer leidvoll ist. Diejenigen hingegen, deren Leben durch die Unterweisungen der Schriften reguliert ist, machen zweifellos Fortschritt und erheben sich so allmählich zum Krishna-Bewusstsein. Die Menschen, die dem Glück verheißenen Pfad folgen, können ihrerseits in drei Gruppen gegliedert werden. Eins, diejenigen, die den Regeln und Regulierungen der Schriften folgen und daher materiellen Wohlstand genießen. Zwei, diejenigen, die die endgültige Befreiung vom materiellen Dasein suchen. Und drei, diejenigen, die Gottgeweihte im Krishna-Bewusstsein sind. Diejenigen, die den Regeln und Regulierungen der Schriften folgen, um materielles Glück zu erlangen, können weiter in zwei Gruppen eingeteilt werden. Diejenigen, die nach den Früchten ihrer Arbeit streben und diejenigen, die sich keine fruchttragenden Ergebnisse für Sinnenbefriedigung wünschen. Diejenigen, die um der Sinnenbefriedigung willen nach fruchttragenden Ergebnissen streben, können auf eine höhere Lebensstufe, sogar auf die höheren Planeten erhoben werden. Doch weil sie dadurch nicht aus dem materiellen Dasein befreit werden, ist es nicht der wahrhaft glückbringende Pfad, den sie eingeschlagen haben. Die einzig glückbringenden Tätigkeiten sind diejenigen, die einen zur Befreiung führen. Jede Tätigkeit, die nicht auf endgültige Selbstverwirklichung oder Befreiung von der materiellen, körperlichen Lebensauffassung hin zielt, ist alles andere als glückbringend. Tätigkeiten im Krishna-Bewusstsein sind die einzig glückbringenden Tätigkeiten. Und jeder, der freiwillig alle körperlichen Unbequemlichkeiten auf sich nimmt, um auf dem Pfad des Krishna-Bewusstseins fortzuschreiten, kann als vollkommener Transzendentalist bezeichnet werden, der die höchste Entsagung ausübt. Weil auch das achtfache Yoga-System letztlich zur Verwirklichung des Krishna-Bewusstseins führt, ist es ebenfalls glückbringend. Und niemand, der dabei sein Bestes versucht, muss Erniedrigung befürchten.